Willkommen zurück zur Erzählung der Wilksdynastie und die Verteidigung gegen die polnische Invasion läuft nicht gut. Aber ich habe jetzt das Problem erkannt, weshalb unsere Versorgungssituation in der letzten Folge so schlecht war. Denn das Gebiet, auf dem ich die Versorgung wieder aufbauen wollte, ist gar kein litauisches Gebiet mehr gewesen, sondern eines, das zum estländischen Königreich gehört. Denn nachdem unser König sich zu Tode gesoffen hat, gab es wieder eine Reichsteilung und dass Provinzen oder Stämme, die zum Königreich Estland, die Jure, gehören, sind halt an seinen zweitgeborenen Sohn oder einen anderen Sohn gefallen. Das Reich wurde geteilt, weshalb es jetzt wieder ein Königreich Estland gibt, auch wieder von einem Wilk beherrscht. Aber da ist es auch so gekommen, dass, schauen wir mal, unsere Gattin auch aus dem Reich ausgeschieden ist und Versailles unter diesem isländischen König geworden ist. Das sehe ich jetzt auch gerade erst, dass das unsere Gattin ist. Stimmt, die herrscht ja über Liefland. Aber Let Gallen, ach, das ist nur dieser Teil, den hatte sie ja in der Vergangenheit verloren. Da konnten wir nicht ausreichend gut verteidigen. Nun gut, aber jetzt konzentrieren wir uns auf einen anderen Krieg, den Krieg gegen die polnische Invasion. Oh, und jetzt werden wir wieder versorgt. Das Dritte ausgelaufen und Gerdautas wird erwachsen. Er ist, naja, ein knauseriger Buchhalter geworden, aber immerhin. Wie schnell sie doch alle flügge werden. Ja, können hier auch, wo wir gerade bei den Kindern waren, Arelis einen Vormund zuweisen. Er möchte auch Verwalter werden. Könnte auch in der Bildung unterrichtet werden. Bei beides hat er seine schlechtesten Werte. Kümmern wir uns erstmal um die Ausbildung von ihm. Kind unterrichten. Vormund wechseln, bitte. Wenn es dir um die Verwaltung geht. Was haben wir denn da für fähige Leute? Ja, unsere Ärztin. Dann soll sie das auch tun. Okay. Dann können wir mal schauen. Hier ist ja auch noch unser Gerdautas erwachsen geworden. Und ich glaube, Gerdautas wird auch noch was erben, ne? Bevor wir uns jetzt damit beschäftigen. Dann beschäftigen wir uns mit dem Briefwechsel hier. Mit dem Briefwechsel mit Oberhäuptling Helina von Lettgein. Ja. Sie wurde letztens ja schon positiv von unserem nordischen Ratskanzler beeinflusst. Beginnen wir einen Briefwechsel mit ihr. Oder hängen wir ihren Brief auf. Ich sag mal jetzt, in dieser Situation lehnen wir das früh schlicht ab. Könnten wir mit ihr ein Bündnis aushandeln? Nein, das könnten wir allerdings. Und in dem Sinne beginnen wir vielleicht mal den Briefwechsel. Aber möchten wir diese Anspruchstellerin gegenüber unserer Gattin? Ich glaube nicht, dass wir da jetzt ein Bündnis aushandeln. Allerdings brauchen wir auch Bündnisse. Wie war das denn hier mit unserem Freund? Der ist immer noch von unserem Glauben abgeschreckt. Und? Wir können uns hier aber mit unserem Champion Milzas... Ah ne, es geht um unseren Champion und Freund. Nachdem ich davon erfuhr, dass Milzas zu Gast in Jilavia sein würde, beschloss ich, dass dies der perfekte Gelegenheit für ein Treffen mit ihm war. Okay, und auf unsere Bitte hin saßen wir beim Abendessen-Gemeindern und hatten eine Menge Spaß. Ah okay, wir sind jetzt Freunde geworden. Und das ist der ehemalige Bauernaufstandsanführer, der aber auch eines unserer Kinder unterrichtet. Und wir brauchen halt militärisch begabte Personen jetzt bei uns in dieser Situation. Deswegen diese politische Freundschaft. Jetzt ist die Truppenzahl, äh, die Truppen wieder ein bisschen regeneriert. Dafür könnte jetzt nicht mehr versorgt werden. Okay, dann halbieren wir die einmal. Und ihr marschiert bitte hier rüber. Ich denke, das gehört dann ja auch insgesamt zu Baden. Soll die Versorgung gut hinhauen. Und hier geht es um den Briefwechsel. Wir könnten mit ihr die hohe Kunstetikette besprechen. Segnungen der Familie interessieren uns nicht so recht. Teilwie ist schwanger. Schöne Sache. Okay, jetzt ist die Frage, in welche Richtung wenden wir uns. Wir haben hier gut versorgte Gegner. Da oben sind darbende Gegner. Allerdings auch eine Menge. Ich schätze, wenn wir hier angreifen, kommen die mit dazu. Die werden sich uns gegenwenden. Da sind welche auf dem Weg. Wir könnten auch hier unten angreifen. Und unser eigenes Gebiet beschützen. Warten wir den Monat nochmal ab, dass die Versorgung kommt. Sie findet das Thema gut, das wir angeschrieben haben. Etikette mag sie. Wir könnten jetzt nach dem Handelsabkommen fragen. Wir würden einer Freundschaft mit ihr näher kommen. Aber ich denke, jetzt in dieser Situation wäre ein Handelsabkommen interessanter. So. Gilt immer noch als unterversorgt. Ich denke, dann marschieren wir hier runter. Also es würde dann gegen Kiews Armeen gehen. Aber es geht jetzt eher noch darum, unser eigenes Land vor Plünderung zu schützen. Ist er denn der Beste, den wir haben? Und ich denke, da sind wir mit unserem Cousin ein. Machen wir diesen Weg, greifen wir hier an. Die haben dann die Waldverteidigung. Ich denke, ich denke, ich denke, es ist ein besseres Zeitpunkt, kriegen wir hier nicht so recht. Und ein Komplott bei Hofe. Es wird ein Komplott geschmiedet, um unseren Höflingbetten, unsere Hö... ja, zu ermorden. Die Wunderschöne. Okay, immerhin wurde das jetzt aufgedeckt. Die Schlacht gewinnen wir mit einem herausragenden Vorteil. Ja, einiges an Prestige und Frömmigkeit gewonnen. Ja, die ziehen sich zurück. Und die Schlacht gewinnen wir auch wieder sehr zügig. Konnten wir alle... Wir konnten die komplette Armee verlichten. Weil die auch gerade so schlecht versorgt sind. Und jetzt geht es natürlich direkt an die Verteidigung von Kelmno. Hier sollten sie erwischen. Aber wir haben herausragende Vorteile. Die anderen Truppen kommen noch dazu, aber die können hier auch nichts mehr ändern in dem Ausgang dieser Schlacht. 1880 Männer von Königreich Ruthenien konnten wir hier vernichten. Selbst haben wir nur 108 verloren. Das war wirklich eine herausragende Schlacht. Ein gemittselnd Kelmno. Ja, in unseren heiligen Haien haben wir hier die Glaubensfeinde dahin gemittelt. Auktune ist hier auch ein Glaubenskrieger. Und ein sadistischer noch dazu. Blenden wir das aus. Dieses Gemittsel. Das ist die Frage. Wir haben immerhin 73 Versorgungen. 4.000 Mann. Bleiben wir hier? In Kelmno stehen. Versuchen wir uns noch in den Wald zu stellen. Da ist die Versorgung aber noch viel schlechter. Ja, ich möchte jetzt einen Tick abwarten. Männer zu regenerieren. Da sind nur 900. Versuchen wir uns hier im Wald dran vorbeizuschleichen. Die kommen uns entgegen. Hier sind die Waldverteidigung. Okay, die haben jetzt eine Furtverteidigung. Und Waldverteidigung. Aber wo ist hier denn eine Furt? Und wenn wir direkt hier hinziehen? Ah, es ist geblockt. Wir haben den besseren Armeebefehlshaber. Wir sind aber überlegen. Was haben wir denn? Wir haben den gelaufen Feindlichkeitsvorteil. Kampfbonus und reformierter Heiden. Wir sind auch der Angreifer. Ja, und die haben jetzt die Verteidigung einer Furt. Ich sehe nicht, wo hier eine Furt sein soll. Und immerhin nur drei von der Waldverteidigung. Aber die Schlacht gewinnen wir. Ein Schärmchen wurde von uns verwundet. Lamcha steht unter Belagerung. Die hier sind noch äußerst gut versorgt. Die nicht. Wir sind immerhin noch versorgt. Ich möchte mal schauen. Wir können auch jetzt Schärmchen zu einladen. Das machen wir auch direkt. Und in der Zwischenzeit nutzen wir mal die Gelegenheit, um mit unserer Vertrauten, unserer Gattin zu sprechen, unserer Seelengefährtin, um über dieses drohende Unheil einer polnischen Herrschaft über uns zu reden. Um diesem Frust Platz zu machen, diese Angst Ausdruck zu verleihen, die uns hier überkommt und über unsere Zukunft zu sprechen. Im Vertrauen, nachdem meine Konkubine Dargas und ich uns Okay, wir unterhalten uns gar nicht mit unserer Gattin. Ich dachte, sie wäre unsere Vertrauensperson. Das war zumindest so beim geistigen Zusammenbruch. Also, wir unterhalten uns mit Dargas. Als ich jedoch zurück an den Hof komme, sehe ich die Eifersucht in den Gesichtern der Höflinge. Wer würde schließlich nicht gerne das Vertrauen von Dargas genießen? Wir sind jetzt entspannter. Genau, das ist möglich, weil wir eine Vertrauensperson haben. Mein Sohn und unsere Gattin hat uns einen weiteren Sohn geschenkt. Uli Nix nach unserem totgesoffenen König? Nein, das gefällt mir nicht. Nach meinem Vater oder dem Verteil wie ein Vingolders das finde ich besser. Hier kommt es schon zur Schlacht. Hier hätten die Verteidigung einer Furt und die Waldverteidigung das sieht gut aus. Es bleibt dabei. Jetzt ist die Frage, ziehen andere Truppen hier mit rein? Hier haben wir einen Riesenhaften. Dich rekrutieren wir direkt an den Hof. 42 bist du. Dann haben wir vielleicht einen Ehepartner für dich. vielleicht nach diesem Krieg. Woher kümmern wir uns nicht darum? Haben wir hier 20 verlorene Schlachten? Hier geht es noch um das gemetzelnde Dupavia. 1600 Gegner dahin gemetzelt. Und wie geht es hier aus? In der Schlacht von Colno? Auch sehr starker Vorteil. Talvi wird erwachsen. Talvi gucken wir uns gleich an. Ja. Müssen wir uns erst angucken. Sie ist eine erkenntnisreiche Denkerin geworden. Religiöse Eiferin fleißig und treuherzig. Die reden nach dem Krieg. Loyalität oder Angst. Als Oberhäuptling schulden mir meine Vasallen die Treue. Mein Wort ist Gesetz. Aber was ist gehorsam wert ohne Hingabe? In Krisenzeiten wie dieser können langsame Reaktionen oder halbhälzige Mühen zu einer Katastrophe führen. Und kann ich mir ein solches Risiko leisten? Es geht um unseren Lehnsherrn und unseren Bruder und Ratverwalter. Ich werde mir bedingungslose Treue sichern. Angst ist ein deutlich effektiveres Werkzeug oder es gibt wichtigere Menschen die ich beeindrucken muss. Nein diesen Kindskönig wollen wir nicht beeindrucken. Der wird allein schon durch unsere Heimatverteidigung beeindruckt sein. Und nach diesem Krieg wird er wahrscheinlich keine Bedeutung mehr haben. Aber wir sind auch nicht ein bedingungsloser Treue jetzt noch zusätzlich interessiert. Ich meine wir sind schon mit den wichtigsten Menschen befreundet. Aber ich will auch keine Angst verbreiten. Na gut sichern wir uns die bedingungslose Treue und gehen diesen Weg weiter. Hier sind wir langsam unterversorgt. Das heißt ich würde mich mal wieder hier halbieren. Und eine Armee geht dann bitte hier hin. Oder direkt da hin. kann eigentlich auch da stehen bleiben. Und die andere bleibt hier stehen. Das ist okay. so rum geht wieder hoch. Da geht die Versorgung aus. Neuen Vorzug können wir wählen. jetzt ist die Frage haben wir genug auf Diplomatie gesetzt. wechseln wir jetzt vielleicht in Richtung Kriegsführung. Jetzt zum Ende des Krieges ist natürlich auch etwas spät dieser Umschwung. Ich denke nach diesem großen Krieg werden wir uns vielleicht neu orientieren. Dann versuchen wir jetzt schon mal uns in anpassbaren Traditionen und hier ist die Frage von welcher Seite wäre denn keine Furt? Müssen wir von hier unten angreifen. Wenn wir jetzt von hier oder hier angreifen würden wir überall über den Fluss angreifen müssen. Die Frage ist ist es uns das vielleicht einfach wert? Die können sich hier aber so weit versorgen. Das heißt da braucht man nicht drauf zu hoffen dass es weniger Versorgung wird. dann kommt ihr mal hier her und dann greifen wir gemeinsam an. Ich möchte auch unbedingt mit der vollen Armeestärke gleichzeitig angreifen. Aber du führst die Armee an. Es wird jetzt allerdings kritisch. Die würden auch direkt hier reinkommen auch wenn sie so weit weg stehen. Okay aber das ist beschlossene Sache. Da kommen wir nicht mehr raus. Aber jetzt haben wir immerhin zeitlichen Vorteil und die haben sich abgewendet. Die ziehen jetzt noch rein. Die ziehen doch nicht rein. Können wir sie hier angreifen. die sind hier alle gut versorgt. Die sind halt auch noch nicht unter versorgt. Da sind zu viele dabei die gut versorgt sind. Bleiben wir hier erstmal defensiv stehen. Appieren wir das wieder. Der Logistiker zieht hier rüber. Cousine ist gefangen genommen worden. Wie sieht es denn hier hinten aus? Noch ein Krieg. Olmogardischer De Jure Krieg ums Hauptlingstum. Koba. Okay. Wer ist er denn? Wer greift er hier? Ist er unabhängig? Nein. Aus alles Gute.